Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video zusammen mit Tobias und Tabea. Hallo. Hallo. Frau Spiegelei am Start. Iiih, du hast was ausmachen. Oh, das ist jetzt die Frage, was will ich denn jetzt sein? Ekelhaft. Ich bin ein Glumander. Leute, wir spielen heute Bad Wars, aber wir sind Pokémon. Ich habe den Modus noch nicht getestet. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das hier wird. Ich hoffe nur, dass die Runde voll genug wird. Wir sind 8 von 16. Ach so. Nee, wieder nur 7 von 16. Ach so, das sind Kids. Und ich kann nicht alle Kids haben. War okay. Ja, ich kann nicht alle Kids haben. Ich bleibe einfach Glumander, ist okay. Ich mag Glumander sowieso sehr gerne. Das ist ein sehr schönes Starter-Pokémon. Was ist euer Starter-Pokémon? Hey, klauen wir nicht meinen Glumander. Das ist auch mein Starter-Pokémon. Ich bin schon Glumander. Glumander, Glumander. Ich glaube, dass ihr die Pokémon spielt neben Glumander oder Shiggy. Keiß auch Bisasam. Gebt dem Bisanama mit so einen Lübe, ja? Was? Bisasam. Ich sage euch nicht, welches ich genommen habe. Bisasam. Leute, was ist euer Start-Pokémon? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Nehmt ihr eher das Feuer-Pokémon, das Wasser-Pokémon oder das Blatt-Pokémon? Heißt das Blatt? Ich habe es so lange nicht mehr gespielt. Heißt das wirklich Blatt? Kein Wunder, dass das keiner wählt. Nein, Spaß. Also Blatt- oder Pflanzen-Pokémon. Ja, Pflanzen. Pflanzen. Ja, ich wollte schon sagen. Kannst du jetzt mal starten, bitte? Nein. Währenddessen kannst du uns ja von deinem heutigen Sponsor erzählen. Ach ja, warte. Du hast ja gar keine... Raid-Shadow-Legends. Wenn die mir ein Plästchen anbieten, ich nehme das instant an, Junge. Also, das lasse ich mir nicht entgehen. Das lasse ich mir nicht entgehen hier. Schreibt es mir mal bitte an. Leute, wollt ihr, dass Ryan mal Raid-Shadow-Legends abschreibt und dann ein richtig schönes Video damit macht? Ich cutte einfach die ersten 30 Minuten raus und dann haben wir auch eine Runde. Also, das ist gar kein Ding. Wie lange hast du heute aufgenommen? Zwei Stunden. Boah, heftig. Wie viel Aufnahmen? Achso, ja, ein Video. Wir haben nur eine Stunde 50 gewartet, bis die Runde losging. Nein, warte. Oh mein Gott. Sorry, okay. Okay, alles gut. Das liefen gerade nur alle. Oh, der heißt Loving Chocolate, der Random. Alter, wie heftig ist das denn? Ich glaube, er will das Team wechseln. Der will ins gelbe Team. Tu's nicht. Nein, das wird er aber nicht tun. Fake Chocolate. Was? Den killen wir. Okay, Leute, endlich geht's los. Wir haben 16 Minuten gewartet übrigens. Nein, ich bin kein Glumanda. Ich auch nicht. Wie macht man aber seine Fähigkeit? Das ist bei mir ein Dingskopf. Hä, warte doch, ich bin Glumanda, aber blau. Bei mir bist du einfach eine Frucht. Also du hast einen Fruchtkopf. Bei mir hast du das TP. Habt ihr das TP nicht bekommen? Seid ihr bei euch denn Pokémon? Nee, ich hab einfach den Pokéball hoch. Okay, also bei mir sieht's super aus. Ihr seht's dann ja in der Aufnahme, Leute. So müssen wir unseren Pokéball verteidigen hier. Den bauen wir erstmal ein. Zack, zack, zack. So, im Gegnerteam haben wir jetzt Loving Chocolate. Der hat unser Team einfach verlassen und meinte, ich bin Fake-Schokolade. Den müssen wir fokussen. Ich hab absolut keine Ahnung, wie wir unsere Fähigkeiten nutzen und was hier sonst noch anders ist. Aber let's go, Leute. Wir schaffen das, okay? Ich hör' keine Antwort. Schaffen wir das? Können wir das schaffen? Ja, 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 klar. Ich kann das Texture Pack nicht mal rausnehmen. Ich kann mein Schwert nicht mehr auswählen. Ich kann mein Schwert nicht mehr auswählen. Ich hab das einmal ins Inventar gepackt und jetzt kann ich das nicht mehr auf meinen Slot tun. Ich weiße, nein. Hier, hast du noch mehr Blöcke. Was hab ich? Mehr Blöcke. Noch mehr? Hab ich gar nicht bekommen. Aber danke. Kann ich nicht raus tun. Kann ich aus meinem Inventar gepackt. Ja, alles verpackt, ne? Jo, wie das aussieht, Alter. Das ist ja, das ist ja ein Chocolate-Typ. Hilf mir. Hilfe, ich komme, ich komme. Ich hab kein Schwert, Mann. Okay, ich versporn gleich. Alter, warum ist der so krass? Ah, ist das neue Kampfsystem, ne? Nicht Spam. Hab ihn. Nice, Alter. Das ist mein... Das neue Kampfsystem, mein Name. Ich würde gerne wissen, macht mal bitte jemand von euch ein Foto und schickt mir das per WhatsApp. Ich würde gerne wissen, wie das für euch aussieht. Ja, mach mal bitte. Dann blende ich das jetzt ein. Warte, warte, warte. Okay, noch nicht. Okay, ich blende es doch noch nicht ein, Leute. Ich musste ja ein Foto machen. Mein Handy war gerade nicht direkt parat. Ja, super. Jawoll. Hast du es gemacht, das Bild? Hab es geschickt. Okay. Dann blende ich euch das jetzt ein und ich gucke es mir gleich auch an. Ich renne jetzt erstmal zu Team Rot. Leute, okay, wir müssen jetzt tryharden, okay? Ich möchte nicht, dass wir verlieren. Also zum einen müssen wir auf 10 Minuten kommen, damit ich nicht pleite gehe. Und wir haben schon 16 Minuten auf eine Runde gewartet. Nein, Spaß. Aber neues Kampfsystem, ganz vergessen. Nein. Nein. Okay, wir verlieren. Wie nutze ich denn mein Firespin? Right Click. Okay, wir haben irgendwelche krassen... Wo habe ich das jetzt gemacht? Ich muss gleich mal gucken. Wir haben irgendwelche krassen... Ja, irgendwas scheinen wir zu haben. Ich weiß nicht. Master Balls have spawned at the middle. Okay, warte. Ja, das sind diese Emeralds oder so, die du gerade hattest. Ja, ja, ich glaube, ich weiß nicht. Die TNT? TNT macht hier alles... Geh für die Master Balls, Leute. Nein, wir können nicht instant verlieren. Nein. Ich rette dich. Oh, ich habe... Geh einfach weg. Hab ihn, hab ihn. Wir haben kein Bett mehr, Tobias. Wir haben kein Bett mehr. Hä, was war das? Dann bin ich jetzt weg. Der kam von da oben in der TNT gespawnt. Ein Gegner. Ah. Oh. Oh. Gegner in Betwas. Hey, das ist ja richtig kacke jetzt. Jetzt haben wir schon nichts mehr. Den Gegner habe ich halt als Pokémon... Was auch immer das für ein Pokémon war, gesehen. Es war irgendwas große Schwarzes bei mir. Was? Du bist in einer neuen Runde? Ja. Was? Da stand irgendein Zettel. Ich habe den angeklickt. Den finde ich wieder in einer neuen Runde. Bist du gestorben vorher? Ja. Ah, okay. Ja, weil wir haben kein Bett mehr. Das ist so. Das ist so. Ja, gut. Tobias, wir kriegen das hin für dich. Ich brauche Master. Keine Sorge. Keine Sorge. Die Runde startet sowieso nicht, Leute. Ihr wisst das ja. Können wir machen. Aber wir können uns erstmal... Hast du Rüstung und sowas schon geholt, dir? Zwei Leute in der Runde, Leute. Nö, nö. Hab ich nicht. Wir können auch, glaube ich, nicht noch eine Runde spielen. Das ist viel... Warte, ich will meine Dingens testen. Ja, wow. Ich habe nichts gesehen vom Feuer-Spin. Ich hätte es auf den Gegner testen müssen. Das chargt jetzt erstmal wieder. Ja, gut. Ich soll vielleicht vorher nicht sterben. Ich glaube, wir können uns zu Team Grün durchsneaken. Wo bist du, Tabea? In unserer Base. Okay. Verdammt, der eine ist auch gestorben. Das heißt, der respawnt da jetzt. Oh, 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 oh. Okay, nee, die sind alle tot. Ich gehe wieder. Nein! Nein! Team Gelb ist auch hinter mir. Wieso habe ich... Ich bin im Sandwich. Hilfe, 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 Hilfe. Brian, wo bist du? Chasen die mich? Bitte nicht. Komm schon, nicht chasen, nicht chasen. Ich sneak jetzt hier. Wo bist du denn? Verdammt. Nein! Nein! Als ob, ich bin gestorben. Okay, warten wir nochmal 16 Minuten. Ich lebe noch. Ja, ich weiß, ich such dich jetzt erstmal. Tabea, je eher du stirbst, desto eher können wir wieder 16 Minuten auf eine Runde warten. Da bin ich auch gerade gestorben. Also bei denen in der Base dann. Siehst du, da sind noch meine Blöcke. Guck mal, ich war da, wollte umdrehen und dann waren zwei Gelbe hinter mir. Da, der hat mich auch gekillt. Komm schon. Oh, verdammt. Der hat auch ein heftiges Schwert gehabt. Oh. So richtig happy. Leute, ich habe es geschafft. Ich bin gestorben. Geil. Gucken, ob wir noch eine Runde vollkriegen. So, jetzt gucke ich mir Tabeas Bild an. Ach, du Kacke. Man sieht ja gar nichts. Einfach so ein Fruchtkopf. Guck mal, das kann doch eigentlich nicht sein. Gerade hatten wir 12, ne, mehr Leute in der Runde. Dann müssten die doch eigentlich jetzt auch mal alle tot sein und wieder eine neue gehen, oder nicht? Oh mein Gott. Es ist wieder Loving Chocolate, Leute. Loving Chocolate. Ist euch noch nicht aufgefallen, dass du mal die gleichen sind? Ja, aber Loving Chocolate hätte ja lieben können. Hi, Chocolate Man, schreibe ich. Der soll in unser Team. Komm, geh in unser Team. Komm schon. Bitte. Er ist in noch keinem Team. Ich glaube, er ignoriert dich jetzt einfach. Er ist wieder in Team Gelb. Ach, der Assi, Alter. Fokus Team Gelb. Ja, der steht vor mir. Fokus Albea. Fokus Albea. Fokus Albea. Fokus Albea. Fokus Albea. Fokus Albea. Ey, aber das war richtig lang noch unter deinen Kommentaren. Einfach dieses stumpfe Fokus Albea. Das ist mein neuer Song. Mein Gott, die Runde startet. Oh, stell dir vor, mein neuer Song. Fokus Albea. Ey, ey. Fokus Albea. Ja. Das Problem ist, ab und zu lese ich das trotzdem noch. Fokus Albea. Ist doch geil, ey. Das ist ein Hitsong. Fokus Albea. Ne, ich sollte damit nicht anfangen. Fokus Albea. Was ist das hier, Ryan? Fokus Albea. Das ist das, was man abbauen muss. Das ist unser Bett, unser Pokéball. Den müssen wir beschützen. Ja, weil bei mir, ich zeig dir mal, wie es bei mir aussieht, okay? Okay, das Bild blende ich jetzt ein. Wie sieht das denn bei uns aus? Was ist das denn? Einfach so zwei Hose übereinander. Läuft auf jeden Fall. Hä, geht hier rot? Ne, doch nicht. Ich hab für euch alle Blöcke. Kommt mal her. Ah ja, ich kann nicht gleich nicht aus meinem Ohr. Doch, kann ich jetzt. Diesmal kann ich es. Du kannst einfach damit bauen. Ich brauche noch drei Sekunden, dann respawn ich. Ist ein bisschen wie Bad Wars of Hypixel, nur mit Pokémon, ne? Locksave, Alter. Ich muss auf jeden Fall... Okay, baue nicht höher, baue jetzt einfach gerade. Perfekt. Weil die anderen bauen in der Erde nicht so hoch. Ich darfst du dir rein, ich darfst du sie? Ja, mach mal. Wie das aussieht als Pokémon. Ich muss eigentlich mal ein bisschen mehr in der 5 spielen. Gucken, wie das aussieht, wenn ich fast bridger. Geil, auf jeden Fall feier ich. Okay, wo ist Team Gelb? Ist das... Das ist mein Gegner, mein Erzfeind. Den muss ich killen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Komm schon. Nein, er will abhauen. Er hat den Stuff. Gib mir meinen Antacke. Nein, er kommt weg, Leute. Er kommt weg. Leute, ihr könnt mal kurz eine kleine Zwischenabfrage. Seid ihr denn auch schon richtige Big-Schoko-Swagger und habt Reins neuen Song gehört? Ich habe doch... Habe ich schon in der Video Werbung dafür gemacht? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Man kann nie genug werden. Wir sind halt no joke. Für die Leute sind das jetzt so 3 Minuten. Wir sind jetzt schon seit 34 Minuten am Aufnehmen, weil wir so lange auf die Runden warten müssen. Das ist ja schrecklich. Ah, das ist gar nicht Tobias neben mir. Mit wem höre ich denn dann? Ich bin gerade hier... Ich glaube, das ist die Mitte hier. Ich war noch Ryan, aber es ist okay, wenn ich so kackig bin. Ich habe ein Emerald. Nee, weil Tobias diese Geräusche gemacht hat. Ich dachte, das passt so, weil wir nebeneinander stehen. Aber... Ich habe einen Emerald, aber ich will noch einen zweiten, deswegen bleibe ich hier und das fightet gleich gegen Bots, wenn die kommen, weil das sind alles Noobs hier. Ey, alles Noobs, Junge, ich klatsch die weg. Ey, gleich habe ich meinen Firespin, Alter. Dann kommt ein Flammenwurf und dann warst du es mit denen. Guck mal, da kommt schon der Erste und ich habe jetzt gar keinen Bock auf den. Geh weg. Ich komme. Ich bin unterwegs. Das ist der Chocolate Man, das ist mein Erzfeind. Hilf mir. Welches Team sind wir noch dabei? Hilfe. Ja, ich komme. Ich komme. Zu spät. Ey, Ryan. Ich bin schon tot. Ja, ich weiß. Jetzt werbe ich auch. Tobias, wo war mein Support? Ach so. Ja, hier. Ich habe dich im Support gebeten. Nein. Oh nein. Äh, äh, Alarm. Ist unser Ding im Zweck? Alarm. Ne. Was ist los? Da kommt gerade jemand zu uns. Ja, ich sehe schon. Ich werde den... Wo ist der? Der baut sich schon hoch. Alter, ja, ja, ja. Bitte killt uns. Nein, die haben gute Schwerter. Oh, what? Oh, die haben auch alle TNT hier immer, ne? Alter, wie verhält der denn... Ah. Nein! Oh mein Gott. Ne. Lebt ihr noch? Ja, ich habe ihn... Was? Yoga Tabea hat sogar einen Kill gemacht. Ja. Hey, lebt ihr jetzt? Bin nur ich gestorben. Ist das euer Ernst? Alter, das ist ein Dreck. Ich konnte nie meine Feuerattacke austesten, ne? Das ist ja richtig traurig. Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Was das soll und warum wir sowieso hier sind. Das frage ich mich jeden Tag. Was ist der Sinn des Lebens? Wieso ist diese Pokémon-Welt so gemein? Wer ist das hier? What? Was ist das denn? Hä? 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 Was? 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 Da steht, Cadiz was killed by magic. Okay. Tabea, du bist mal wieder die Letzte. Ja! Ich glaube nicht. Gibt es jemanden, der vielleicht hier irgendwie dieses Game-Mod-1-Trolling hat? Ja, ne? Game-Mod-1-Trolling gerade einfach. Tabea, hast du deine Attacke? Ist überhaupt die Anzeige bei dir da? Ja, die lädt gerade. Ich habe die vorhin benutzt. Okay. Ist da was passiert? Ah, du siehst ja... Hä? Ach, du hast Feuerbälle gekauft? Ja. Hä? Hä? Wie blöd ist das denn? Okay, ich glaube nicht. Oh. 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 Es ist nur einer. Es ist nur einer. Oh. 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 Gut. Noch eine Runde machen wir nicht, weil ich will jetzt nicht wieder 16 Minuten warten, bis wir eine Runde finden. Dann sitzen wir hier wirklich 10 Jahre dran. Ich würde sagen, Freunde, danke fürs Zusehen. Wenn ihr nochmal was von dem Modus sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht gehen wir dann nochmal zu einer anderen Uhrzeit auf dem Server. Wobei es halt jetzt 18.25 Uhr ist. Aber bei anderen Ländern ist es natürlich anders, ne? Vielleicht muss man nachts hier drauf schauen oder so. Keine Ahnung. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Ein Like da. Und ja, wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao. Ciao.